Speistige Reiste reisen selten bis Elba, dann achtet euch halt selber. Hallo Mama, ich wollte die Karte am Video schneiden. Da ist mir was aufgefallen. Und zwar guck mal hier, Lieferdatum Date 2012. Ja moin. Ich habe ja in dem Video gesagt, er ist 20 Jahre alt. Scheiße, ich habe das jetzt gerade beim Schneiden festgestellt. Ey Strottel, ich habe ja nie drauf geguckt. Glaub dir das, ich habe immer nur hier, wisst du, 300 am Werfen, hier und so ein Schwald, bla bla bla. Hier die ganzen Müll habe ich gar nicht geguckt. Ja moin. Ja, der, also der Hubwagen, ich habe den Akku ja mit Hubwagen gekauft, habe ich vielleicht auch noch nie erwähnt. Der Hubwagen tatsächlich war 20 Jahre alt. Da dachte ich halt, der Akku so 20 Jahre alt, vor allen Dingen, wie der auch aussieht und immer noch. Aber, also laut dem der Box hier, das ist ja die originale Box von dem Ding, hoffe ich mal, haben die anscheinend nach zehn Jahren den Akku gewechselt. Das würde ja ungefähr auch hinkommen, weil da war ja schon, naja, Top war er nicht mehr. Ihr habt es ja im Regenerationsvideo gesehen. Aber guckt mal hier, scheiße, da habe ich einen Fehler gemacht. Ey, das gibt es nicht, ne? Aber da hat doch keiner in den Kommentaren was geschrieben, ne? Das hatte ich ja schon mehrfach eingeblendet. Jetzt sehe ich das gerade, ne? Ja moin. Ja, hm, das will ich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich werde den Videotitel dann ändern von der Videoreihe auf zehn Jahre. Ne? Ich habe ja 20 Jahre gemacht, das ist ja falsch. Ich bin halt von dem Stab, äh, von dem Hubwagenalter ausgegangen. Da haben die den anscheinend mal gewechselt. Naja, gut, mein Fehler. Hiermit dann korrigiert, sorry, habe ich euch die Taschen vollgehauen. Aber habe ich mir selber eure Taschen vollgehauen. Wusste ich wirklich nicht, ne? Scheiße. Gut, das muss ich noch hinzufügen. Tschüssi. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Vielen Dank.